Ah, hier ist es schön warm am Feuer. Ah, das tut gut. Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelerde Mordos Schatten. Ich bin Menzomania, begrüße euch herzlich und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. So, und der da unten ist mich schon die ganze Zeit am Nerven hier. Ich glaube, der muss jetzt mal... Ich glaube nicht, dass ein Sklave sich an uns vorbeischleichen kann. Ne? Außer natürlich mit der Hilfe des Waldläufers. Wir sollten besser einige von Ihnen töten. Wir sollten besser einige töten. Jetzt hältst du mal endlich die Fresse. So, was haben wir denn hier? Überfall. Urkaufmänner führen oft Überraschungsangriffe gegen ihre Rivalen aus. Der Sieger des Überfalls erlangt Macht, denn Dummheit lacht. Misch dich in deinen Überfall ein, in den Überfall ein, um Saurons Armee zu schwächen. Äh, mit Vergnügen. Oh, der eine hat zum Rücken. Blut ist nach. Ich kann es riechen. Vierer Fall! Lassen wir ein paar von Ihnen aus Spaß am Leben! Lassen wir es dir jetzt! Enttäusche. Oh, der eine hat. Es wird mal auf die Schießen 蒸chen hier den ganzen Spaß weg. Ach, wäre erheitlich? Oh, der eine hat. Oh, der eine hat. Auch der eine hat. Schöne? Ich will dir das sagen, Harte abschauen. Das war's für heute. So, dann greifen wir mal ins Geschehen ein. Zack. Zack. Und einmal Schatten. Zack. Lüchtet. Ich hab noch was für dich. Nee, du wirst dich nicht mehr rechnen. Komm, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Der ist wie ich. Ich muss doch nicht weinen, dass du hier wegkommst, Junge. Vor allem greifen wir hinten an, genau. Ich werde dir eine Ballade von Qual und Schmerz beibringen. Ja, mach mal. Komm, wir haben gerade das hier. Danke. So. La Ballade. Komm hier. Ich ballade die auch. Eine von hinten. Nein, kann ich auch nicht. Aua. Oh, da hab ich gepennt. Hast Schmerzen? Ja, Junge. Ich kann nichts dafür. Obzingle ihn. Obzingle ihn, genau. Vendammt, ich seh nix. Hätte ich doch besser mal die Rune drin getan. Hey, warum keiner Pfeile mehr? Oh, ich hasse Fernkampf-Idioten. Ach, das ist auch noch ein Boss? Ja, fuck. Oh, ich weiß nicht. Mann, ich war hinter dem. Scheiße, ey. Ganz sicher nicht. Brennt! Du bleibst hier, Freundchen. Im Arsch ist er. So, der andere noch da hinten. Der ist noch da hinten. Der kennt den Karagor, ey. Ich mach einen hübsen Bettvorleger aus dir. Okay. Oh, jetzt ist nicht im Mund. Er läuft gerade an mir. An den Arsch. Der im Arsch bringt nicht viel. So, jetzt habe ich keinen Pfeile mehr. Du bist in der Karagorger heute. Du wirst unterliegen. Ich werde deinen Pfeil schlagen, wenn es vorbei ist. Du wirst unterliegen. Ich hole dich von dieser Beste, Freundchen. Jetzt hast du keinen Schild mehr, du Arsch. Du bist ein Nichts und du bist gleich im Eimer, du Fungenschauer, irgendwas Dämmel, die Faust in den Kopf, die Bruce Lee da war schon, zack. Ja, nicht nur hautlos, sondern auch noch kopflos und sinnlos. So, hier geht es weiter mit den Machtkämpfen. Äh, wo sind wir dran? Und zwar... Was steht da? Lukner, der Amputierer. Läuft. Ist auch noch neu. Ab zum nächsten. Apropos, in den Schatten gesehen. Wir haben doch diese tolle Rune bekommen. Fürs Schwert. Ach, jetzt bin ich schon im falschen Menü. Äh, für den Bogen. Und zwar... Die mit den 12... Jawohl, Stufe 12. Das ist super. Wow, da haben wir doch hier... Das ist doch super. Die tauschen wir aus. 16 ist besser als 6. 8 auch. Die wandeln wir um. Ach, hab ich mich wieder vertan. So. Zack, und umwandeln. Können wir hier auch noch? Ne, hier hatte ich schon so zu wenig. Schaut, den wir abziehen wollen. Ne. so dann haben wir wieder ein bisschen kohle gemacht Verbesserungen, ach, guck mal, hier sind auch wieder tolle Sachen Das ist gut Weil das ist immer das Problem, sobald ich die betäubt habe Oder auch zum Wanken gebracht habe Das dauert ewig lange, bis man die töten kann Also wenn Gegner in der Nähe sind Die einen dann aus diesem Move rausholen Das ist auch gut Wir haben drei Punkte, dann holen wir uns das Was soll das hier nochmal? Terrorisieren Schulterstoß Das brauche ich jetzt noch nicht dringend Genau, das brauche ich auf jeden Fall Schattengriff mit Tötung, das ist perfekt Das ist auch gut Das ist eigentlich nicht schlecht Gegen Einzelne ist das gut, aber auch nicht Am Ende holen wir so oder so alle Punkte Ich nehme das mal, weil die Schosse sind eigentlich ganz gut Was haben wir hier noch? Wir haben Kohle für Gesundheit definitiv Brauchen wir So Beide sind voll Oh, es gibt eine neue Mission Wir gehen da hinten noch hin Erstmal direkt hier Ja, zack Neue Schattentötung Das läuft bei uns Nö, du hast nichts gehört Nö, nö So, und da sind wir auch Ah ja, schön Mit diesen komischen Worten werde ich diese Folge auch hier beenden Wir sehen uns sicher zur nächsten Folge Wenn ihr möchtet, Abo-Button nicht vergessen zu klicken Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat Und dann sage ich einfach nur noch kurz und knapp Tschö, bis zur nächsten Folge